Sondern es gibt ein absolutes Ende aller Maßnahmen und alle Maßnahmen enden spätestens mit dem Frühlingsbeginn am 20. März 2022. Die Bundesländer werden auch über den 20. März hinaus Corona-Regeln verhängen können. Das sieht ein neuer Entwurf des Infektionsschutzgesetzes vor, den die Bundesregierung vorgelegt hat. Demnach können die Länder generell gewisse Schutzmaßnahmen beschließen. Dazu gehören eine Maskenpflicht im Nachverkehr, in Kliniken oder Pflegeeinrichtungen. Außerdem eine Testpflicht in diesen Einrichtungen und in Schulen. Darüber hinaus soll es Corona-Regeln nur noch in sogenannten Hotspots geben. Bundesjustizminister Marco Buschmann zeigte sich mit dieser Regelung zufrieden. Und das ist ein sehr guter Kompromiss. Alle Maßnahmen enden spätestens am 20. März 2022. Untertitelung des ZDF für funk, 2017